Okay, ich darf meinen Kontroller kaputt gemacht. Digga, ist das halt so OP. Boah! Boah, 207 in dein Gesicht. Leute, was geht? Heute werden wir mal wieder Solo Arena mit Renegade Raider und anderen OG Skins wie OG Ghoul, OG Skull und Aerial Assault Trooper spielen. Und jeder, der meinen Creator Code einträgt, ich habe es euch ja versprochen, ich werde jeden von euch adden und die Leute, bei denen ich es nicht geschafft habe, sie zu adden, die meinen Creator Code Aua im Item Shop eingetragen haben, die sollen kommentieren. Und jetzt werde ich als Beweis, dass ihr es seht, hier auf meinem Renegade Raider Account sogar, ein paar Leute von euch adden, hier Baran geaddet, dann hier Ballen 09, BVB und ich adde immer extrem, extrem viele Leute. Deswegen, tragt mein Creator Code Aua im Item Shop ein und dann werdet ihr euch auch nie wieder wehtun. Zwei Leute schon mal geaddet und falls ihr auch geaddet werden wollt, wie gesagt, jeden einzelnen, der meinen Creator Code einträgt. Und ich holte auch bald eine PS5, die ich an euch verschenken werde, an alle Leute, die meinen Creator Code eintragen. Und vergiss nicht ein Abo und ein Like da zu lassen, um das alles nicht zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns direkt in der ersten Arena-Runde. Ich habe extrem Bock auf das heutige Video. Ey, das ist doch zu 100% ein NPC. Seit wann gibt es in Arena NPCs? Aber er dachte wirklich, er kann gewinnen. Geht einfach weiter. Ja, komisch, Digga. Die Leute auf 0 Punkten. Er ist kurz Mann geworden. Aber bringt ihm nichts. Digga, was war das, Alter? Auf engstem Raum oder irgendwelches komisches Rumgefeite. Hätte ich keinen Headshot gehettet, wäre es das komplett. Digga. Er dachte wirklich. Oder nein, oder? War wirklich schwach. War wirklich. War wirklich sehr, sehr schwach. Kurz nachladen. Er macht ernst. Geht hochgehend. Ach, Bruder. Ja, das war echt. Zum Glück bin ich auf 0 Punkten. Das fühlt sich aber irgendwie so an. Also ich weiß nicht, ob es auch an meinem Controller liegt. Aber als ob das so... Was ist das denn jetzt auf ein komischer Alter? Merv mich nicht, bitte. Alter. Junge. Seht ihr das? Seht ihr das? Es ist so... Die ganze Zeit so... Als ob es so sich... Das drehen würde. Fühlt sich ganz komisch an, nervlich, Digga. Oh, 207er in deinem Gesicht. Digga, der checkt das doch gar nicht. Jetzt muss ich mal wieder reinkommen, was Bauen angeht. Ich habe so viel No Build gespielt. Was voll komisch ist, für mich zu bauen. Ui, ui, ui. Ich darf kein Double Edit kassieren. Warte. Digga, ist das halt so OP. Du gehst einfach nach oben und drückst ihm den 200er. Krass. Okay. War hier unten noch jemand? Ich bin so... Bruder, das war es mal wieder komplett, ne? Was mache ich da? Was? Ey, ich spring runter. Als ob es selbstverständlich wäre, dass ich keinen Fallschaden bekomme. Mein Gott. Die Runde kann nur besser werden. Wir haben OG Ghoul Trooper mit OG Skull Trooper Backblick. Aerialist Soil Trooper Hängegleiter. Raider plus Magma Tarnung und Season 3 Feuerfall-Effekt. Und dazu noch OG, nicht Renegade Raider Spitzakke leider. Die hätt ich aber echt gerne auf dem Account. Dann wäre der perfekt. Ich sag euch, wie es ist. Aber man kann nicht alles haben. So wie auch leider keine Pump. Gönn das doch einfach mal. Aber dafür eine MP. Let's go. Boah. Boah. Bleib mal. Hier geblieben. Kollege Schnüerschuh. Es reicht. Digger, okay. Ich glaube, jetzt bin ich eingespielt. Und wir brauchen dieses Item hier zum Moven. Wir brauchen auch mehr Pump-Money. Wir brauchen auch mehr Pump-Money. In der... Digga, was geht ab? Junge. Ich schwör. Aber Pump-Money ist irgendwie das seltenste in dem Gang geworden. Uiuiui. Da steckt sich doch hier safe in der Ecke. Habe ich dich gefunden, Minion. Uiuiui. 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 Da wirst du mal kurz gelasert. Ich glaube, er hat besseren Heal. Leute, das wird sehr, sehr kritisch. Bitte sagt mir, die Splashbox hier ist anlooded. Mir leider nicht. Und den. Danke. Okay, wir müssen echt aufpassen. Und wo schießt du? Auf was? Hey, hey. Kannst du dich? Digga, ist echt nicht schlecht. Nein, nein, nein. Ich will das nicht verlieren. Ich will das nicht verlieren. Bitte. Komm. Ich muss das gewinnen. Er ist der Endgegner. Er ist der Endgegner. Er ist der Endgegner, Endgegner, Freunde. Boah. Junge. Lass uns jetzt alle für diesen krassen Play ein Like da. Hey. Digga. Nervt mich langsam. Jetzt kommt Travis. Travis, du nervst. Travis. Oh, Travis. Travis ist gut. Travis ist gut. Bist und bleibst. Ein Bot. Travis ist gut. Digga. Travis ist der Endgegner. Merk's schon. Was ist das für ein Endgegner? Travis ist nicht mal OG-Skin, Bruder. Was will der schon anrichten gegen OG Ghoul? Jetzt mal ganz im Ernst. Kriegt er der Schelle und Tschüss. Jawohl. Danke für die Tresor-Waffen. Bruder, was ist deine Mission jetzt? Erklär mir das mal, was er gerade machen wollte. Er haut einfach ohne Grund ab. Chillt sich. Hinter den Stein. Bruder, hätte er diese Pump gerade rausgeholt. Ihr wisst alle, was da passiert wäre. Ich glaube, das muss ich nicht sagen, meine lieben Damen und Herren. Alter, war das gerade eine glückliche Kiste. Das war sehr, sehr lucky. Okay. Ja, wenigstens haben wir jetzt ein Schwert. Oh, ich hätte davor die Pizza essen sollen. Dann wäre ich voll. Hallo, Gehirn. Bist du noch da? Das hat man auch nicht so gut gesehen. Okay, wir haben schon 10 Kills. Neun Leute leben noch. Was bedeutet das? Genau, wir können keine 20 Bomb machen, sondern nur noch 19 Kills, wenn wir jeden bekommen. Ist aber trotzdem nicht schlecht. Lass mich raten. Ui. Der scheint gut zu sein. Aber er wird gecrackt. Ey, Cracky. Jawohl, Broski. Das wird leider nichts. Da kannst du nichts machen. Trag lieber den Creator Code Aua im Itemshop ein. Ja, ja, ja. Und den, den du verfolgt hast, den suchen wir jetzt mal. Vom Raus-Minion. Wo bist du? Aha. Oh, du hast krasse Edits. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich ihn 200er gedrückt. Okay, ich muss mich beruhigen. Aber ja, 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 wir hatten Glück. Hallo, hier, ich. Ich lebe noch. Danke. Das war meine einzige Möglichkeit zu überlegen. Wisst ihr, was er mit mir gemacht hat? Er hat Kone in meine Box. First try. Diese Ding bekommen, diese Wand. Alles, Bruder. Er hat mich auseinandergenommen eigentlich. Aber die mythische Waffe, 200er hat gecarried. So ein Ding ist das. Okay, vier Leute noch. Nichts kann mich, glaube ich, mehr stoppen. Ich habe die ganzen Triads aus dieser Runde geholt. Ey, Digga, du bist so ein Hund. Ehrlich? Er versteckt sich irgendwo hinter Baum, Bruder. Wo bist du denn? Komm raus. Das reicht, Alter. Es ist ganz genau, dass du hier hinterm Baum bist. Komischer Mann. Das wird auch nicht so wehtun. Versprech es dir. Wirklich? Versprochen? Ich benutze. Und nicht die mythische Waffe. Okay? Wie kämmt der jetzt? Ganz, ganz komisch, was da gerade abging. Ich habe mich extrem genervt. Okay, drei Leute noch. Das könnten 16 Killwin werden. Ob es das wird? Weiß ich im Endeffekt. Ich hoffe es auf jeden Fall. So. Okay, 15 Killwin nur. Aber wir bleiben dankbar, meine lieben Damen und Herren. Oh, Junge. Ich bin noch stuck geblieben. Wo ist der? Komm raus. Weil nicht. Ah. Lass mich raten. Du wolltest dich anschleichen. Ach Mann, ey. Ach Mann, ey. Ich bin auf einmal in dem Baum. Okay, ich darf meinen Kontroller kaputt gemacht. Ich habe den Kont... Bruder. Ich habe den Kontroller kaputt gemacht beim Arena spielen. Nein, oder? Gebt euch das mal. 250 Euro. Kontroller kaputt gemacht wegen Arena. Mit Renegade Radar. Nice.